Artikel beizuvolle слово sie es wird gut jetzt wir jetzt Jeid! 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 Was ist denn? Was ist denn? Was ist mir hier? Was ist mir da? Lady's and Gentleman... ...welcome to Vecenslehe Lippen! Lukas Köder, 26, rechts außen. Fabian Schleich. Maximian Wolf. Ich bin Michel Stotz. Mein Name ist Joel Mau. Du wusstest nicht genau, wo man steht. Wenn du ein Spiel verlierst, kann es sein, dass du schon nicht mehr in der Endrunde teilnimmst. Nur weil uns ein Spieler ausfällt, halten wir nicht, dass wir die komplette Vorbereitung aufs Spiel vergessen. Also das war der Tiefpunkt eigentlich in der Aufstiegsrunde. Also das letzte Spiel war einfach absolut krank. Das, was ich mir vor der Saison gewünscht habe, Handballzeit ist Lebenszeit. Was wir zusammen erleben, ist etwas, an das ich mich lange erinnern möchte. Das haben wir wohl geschafft. An die Saison werden wir uns lange erinnern. Das ist eine Saison. Vielen Dank.